Willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, wir sind wieder zurück nach einer kurzen, äh, zweiwöchigen Pause. Ähm, es musste erst mal ein bisschen was Privates so erledigen, Umzug und all so, da hatte ich nicht relativ viel Zeit was aufzunehmen. Da musste erst mal ein bisschen was, äh, ja, erledigt werden und so. Aber wir sind jetzt wieder zurück aus der kleinen Herbstpause, sagen wir mal so, Herbst-Sommerpause, wie man es auch nennen kann. Ja, wir sind ja immer noch in, ähm, wir sind hier im Untergrund und wir sind hier letztes Mal stehen. Ich muss mich jetzt erst mal wieder neu orientieren. Ach ja, hier waren ja die Böhmchen und all so ein Shit. Da haben wir eine Tür, ne? Soll ich mal da du? Ich geh nicht gewandt. Tür. Was hast du denn für die Tür, das ist für mich zu... Alter, geht schon wieder gut los. Exit. Was meint ihr, kommt nicht durch? Komme ich durch? Ich komme durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt gedacht, ich müsste den ganzen Weg zurückgräbeln. Was haben wir denn hier? Notspannungssysteme. Das werde ich doch irgendwann auch nochmal benutzen können, oder? Da auch. Ach. Ja, stimmt. Da war ja was. Diese ganzen Datenpakete, die muss ich ja immer noch alle sammeln. Hm. Ob ich das im Laufe dieses Let's Place mache, weiß ich nicht. Oder ob ich das mal, ähm, außerhalb der Aufnahme mache und euch dann mal zeige, was dann überhaupt da so passiert. Überlege ich mir noch. Also, je nachdem, wie ihr es möchtet. Also, ich glaube, das ist eher langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur hin und her, was ich ja eigentlich so schon genug tue, hinlaufe. Was liegt ja eigentlich mal so viel Müll rum? Was soll denn das? Oh. Was denn das? Ja, natürlich. Die Kippen müssen im Spindling. Er macht aber auch eine Schweinerei. Aber, nettes Familienvoto. Gibt es hier noch irgendwie ein He-Steak? Wo bin ich jetzt? Äh. Gut. Dann, ähm, wollen wir mal hier, äh. Nicht durch den heißen Dampf. Nein. Das macht ouchi. Wollen wir nicht. Nein. Und, äh, du fängst immer an so schwitzen und so schwitzen. Wie seh ich eigentlich aus? Guckt euch mal mein Anzug an. Der war so mörder-cool. Und der oben mal. Fung mal. Ne, das ist nur der Schatten. Ich dachte schon. Aber trotzdem sind ein paar Löcher dran. Tja, die Motten halt. Klamotte, tiefster Feind. Die Motte. Äh, ja. Oh. Du bist wirklich herzlichst, 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 du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest, tolles Fest, tolles Fest, tolles Fest, und es wird ein tolles Fest veranstaltet von Hetter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, du auch kommst, du auch kommst, du auch kommst, wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Ja, die Stände, was ist denn jetzt nicht? Dich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetsch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherren-Ausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe, bitte, wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Warum seid ihr so tot, so tot, so tot, warum seid ihr so tot, weil ihr tot seid? Ah, nee, bewusstlos sind sie, sorry. Dann werde ich den Song gleich mal umschreiben, aber dazu habe ich jetzt keinen Bock, weil... Weil ich keinen Bock habe, ganz einfach, Punkt. So, dann wollen wir mal wieder Hack die Heck machen und gucken, ob ich das noch drauf habe. Zylinder? Fragezeichen? Na, kommt, nee, Hutladen. Ja. Jetzt wieder ab in die Kälte. Schlafgut, Freunde, ihr... Komischen Osterhasen mit den... äh, komischen Punkt auf dem Kopf da. Ah, ja, hier sind wir. Was ist eigentlich jetzt meine Aufgabe nochmal? Ich habe das total vergessen. Immer noch PendeBlack Messer, ja, genau. Den suche ich schon seit... Zig Folgen, ich glaube, das ist jetzt die... Wie witte Folge ist das? Ich muss echt raten. Ähm, 13. 14. 12. Sorry. Kann ich was ab... Was sind denn hier... Ach, Hannity. Hallo, Herr Penguin. Enigma Anarchy habe ich jetzt auch schon. Und da ist der Headmatter. Aha. Wie sieht denn der Eumel aus? Sei herzlich gegrüßt. Schnauze. Ich muss dein Gelaber nicht nochmal anfangen. Ihr auch nicht. Aber schick ein Hut hast du auf. Ja, Batman, guck mal wieder durch die Gegend. Das kannst du ja sehr gut. Oh Gott, ich muss mal wieder hier hin. Gelange in Gothen. Ja. Ja. Ähm, Wegpunkt muss ja eigentlich schon gesetzt sein, ne? So, erst mal hoch hier. Beweg dich. Wir werden gleich auch, äh, sofort... Na gut, das machen wir noch. Aber nur das. Wir haben uns das nicht mehr gefallen. Ihr müsst zahlen, wie alle anderen auch. Das ist der Deal. Der Deal galt unter Lobe. Und Lobe ist tot. Zentrale Delta 2.7 braucht Verstärkung. Auch ist das werden geschossen. Äh, nee. Haben wir schon zu oft gemacht. Wir können einen neuen Deal aushandeln. Keine Deals mehr. So, wenn die sich das unter uns... Äh, das sich aus ist. Ich hab den schon zweimal den Arsch gerettet. Also nochmal mach ich das nicht. Ich bin jetzt auch mal knallhart. Wenn die so dämlich... Ich häng hier fest. Wenn die so dämlich sind und sich da immer wieder in dieselbe Konflikt da rein... Dröggeln. Hallo. Hallo. Ich muss jetzt erstmal ein paar Lott aufs Maul haben. Weil mir ist doch nach. Aber ich kann's irgendwie nicht mehr. Ich muss erstmal warm werden. So, du fliegst erstmal. Nein, ähm. Komm, was hat's auch gut? Du Hund! Ja, ähm. Manchmal. So. Du kriegst erstmal... ... einen guten Nachtpuss. Alles ist jetzt richtig. Eigentlich wollte ich doch nur Infos haben. Ähm. Oder auch nicht. Na gut. Ich will jetzt weiter. Macht's gut, Leute. Ich muss los. Ich hab keine Zeit. Und ergleitet er durch die eisige Nacht. Ich hab gehört, dass der Knast gar nicht so schlecht aussieht. Die haben schon Outrofs da draußen, um ihn zu flicken. Ja, ich lass die Leute einfach mal quatschen. Die müssen sich auch mal irgendwie unterhalten. Ähm. Und dann gleitet er durch die eisige Nacht. Ich weiß nicht, warum ich sowas singe. Äh. Nimm's mir nicht übel. Ich höre auch auf. Ganz... Ganz versprochen. Also, ne. Idealer Ehrenwort und so. Ne. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt nicht wieder hier Batman zocken kann. Also, ich bin froh, dass ich soweit alles jetzt geschafft habe. Ja. Das ist immer so eine Sache. Äh. Fetter Outro. Fett Outro. Fett Outro. Fett Outro. Äh. Ne. Kein Outro. Wohl nicht. Wie viel Outro. Wie viel Otto. Wohl. Ganz sei Dank bin ich nicht unter Zeitdruck. Das liegt mir momentan gar nicht. Was ist das hier eigentlich? Ist das... Ist das ein Training? Klettern. Aha. Gleite ohne Boden zu berühren durch alle Ziele, um ER-Gleitübungen abzuschließen. Ah, ja. Dann. Eins. Zwei. Drei. Nicht hängen bleiben, Betz. Nicht hängen bleiben. Hier. Ah. 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 Fünf. Easy. Noch drei Gleitübungen abschließen? Ja. Aber irgendwann mal. Ne? Nicht jetzt. Aber danke fürs Fragen. Weil ich muss jetzt so los und so. Weißt du? Was ist los hier? Ich bin doch hier der Batman. Ich muss bösen Männern auf den Finger hauen und sagen, du, du. So was machst du nicht. Nochmal, weil heute Weihnachten und so. Also in dem Spiel. Hier eine Plattform. Was kannst du machen? Kann man was machen? Den. Äh. Wow. Das ist wieder so ein Zeitspiel, wa? Ach. Das muss gleichzeitig betätigt werden. Ich kann es aber auch nicht sein lassen. Ich steppe. Hm. Bringt das was, wenn ich Explosions-Gehl benutze? Das muss auf jeden Fall was Schweres drauf. Hm. Mal probieren. Vielleicht hat das ja irgendwie einen Sinn. Zack. Äh. Nee. Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, wie das geht, dann gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin für sowas irgendwie gerade nicht aufwanderfähig. Vielleicht ist es wieder so simpel. Aber zu dir will ich jetzt erstmal nicht zu dir will ich jetzt erstmal nicht zu dir will ich jetzt erstmal nicht zu dich. Hab wieder für eine Aussprache heute. Meine Fresse. Was geht, Alter? Ich bin korrekt von dir, dass du mich so begrüßt hier. Ich muss mir umlegen. Hä? Hallo. Es kommt wieder so ein Mega-Monster-Typ hier an, der seine Müsli ordentlich gefrüßt hat. Alter, leider habe ich mich immer noch ein bisschen hier. Kommt er wieder so um die Ecke stolziert, der Kandidat. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen. Es ist doch Weihnachten, oder? Nee. Ich dachte, er bringt jetzt einen Sacht. Es ist doch Weihnachten. Oh, geil. Schuhe auf die. Ja, damit. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Achso, das ist wieder nur die Steuerung, ne? Nahkampf verbessern. Das könnte ich verbessern. Was ist das? Kritische Konter. Durch kritische Konter verdoppelt sich der Schaden deines Konters. Zudem steigert deine Kombo zwei Punkte. Ja. Die brauche ich doch, ne? Hiervon kann ich noch nichts. Ganz klar. Das kann ich verbessern. Betäubungsdauer. Ach, die Spulengeschosse. Die kann ich auch upgraden. Geil. Ach, das ist jetzt wieder so eine Qual dabei, Leute. Ich brauche EP, dann werde ich das hier mit den Kombo, glaube ich mal, upgraden. Jo, danke. So. Ähm. Ich muss immer noch da. Also hier die Richtung. Ja. Oh, oh. Hier ist schon wieder wat. Wat is hier? Äh. Wer ist da? Da muss ich hin. So. Wo ist er denn? Da? Na gut. Huiii. Oh, da wird es wieder. Oh Gott. So. Hallo. Playing to the air. Ständig vor, es wird Bud Spencer Terence hier gerade im Spiel. Äh, manche, manche Hout-Rauf-Aktionen sehen ein bisschen so aus wie die von Bud und Terence. Oh, 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 oh. So. Du Messergeil. Halt mal schön die Klingelstelle. Ich, ich bin ein Anwalt. Den kriegst du irgendwann, der hat gerade Urlaub, also ne, ist jetzt nicht. Guck mal auf die Uhr, wie spät das auch jetzt. Das ist dein einziger Sauhaufen. Wie sollen wir sie je wieder in Ordnung bringen? Ähm, indem du ein guter Polizist bist und kein Korrupter. Oh, aber äh, sag dir nicht hier die Meinung. Batman, was los ist hier? Lässt nach. Oh, ist das ein Tatenpäckchen? Kann ich mir das krallen? Nein. Na gut. Datenpäckchen, oder? Ach so, das war wieder so ein Netzwerk-Dingsbumster von Enigma. Ja, die muss ich ja auch noch irgendwie alle hier auf der ganzen Welt zerstören. Mann, 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 hier ist echt was zu tun. Also ich würde es auf jeden Fall wissen, ich, ich, ja, also ich würde das gerne auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt während der Aufnahme alles mache, oder? Ah, das wird sich zeigen, also. Es ist Mitternacht, Sir. Ich wollte Ihnen bloß eine frohe Weihnacht wünschen. Dir auch. Oh, danke Alfred, du bist ein Schatz. No homo. Aber es ist gut zu wissen, es ist jetzt zweitnachtig. Wir müssen uns mit schicken Knarren auf seine Seite ziehen, weißt du. Aber inzwischen denke ich, es geht um die Fledermaus. Es geht doch nur um die Fledermaus. Ich komme nicht hoch. Wegen einem Schneehaufen. Wir müssen uns richtig schwach aussehen lassen. Was auch immer der Grund ist, wir sollten uns zum Scherbenpark aufmachen. Uns ein paar Schnarren abgreifen. Äh. Äh? Tür ist verschlossen. Gut. Da sind wir. Da sind Dailers. Da könnte ich rein. Ach, das ist der Hutladen. Ähm. Was ist das eigentlich für ein riesiger Typ hier? Ach so, der haut auf die Glocke. Der haut auf die Glocke. Der haut auf die Glocke. Komm ich aber gar nicht rein. Äh. Von Löt. Oh. Lust Knäcke. Und Geschenke. Geschenke, Geschenke. Oh. Das große Paket ist für mich. Da ist bestimmt mein, äh, mobiles Fahrzeug drin. Weiß ich nicht. Ach so, ich... Ah. Schlafchen. Nein. Ach Gott. Da kommen ja noch welche. Ich auch. Nein. Doch. Weil du nicht lieb warst. Kriegst auch kein Weihnachtsgeschenk. Ich hab immer noch kein Geschenk für meine Süße. Die sollte später ein Jugendier ausrauben. Du Schuft. Ich glaub ich muss da hin, ne? Was? Gelang in die Gotham Ratschbank. Ja wie? Zieh hoch. Na jetzt kommt der da wieder nicht hoch. Ich muss mal kurz zwischen den Beinen laufen. Äh. Geht auch nicht. Les. Aha. Ein Monument. Ich will doch da hoch. Mein Gott. Ich weiß nicht wo ich hier wieder rein muss. War das ein Vogel? Ja. Ich stirb doch gleich. Ja. Ähm. Da lieg ich mal äh. Ich hab. Ich bin schlafen. Mit dir aus dem Weg gehört Gotham endgültig mir. Und schneller als gedacht. Da könntest du recht haben. Mein Freund. Und warum bist du nicht tot? Ach ja. Wir haben das PC ja gelöst. Er ist es ja gar nicht gewesen. Der gestorben ist. Das war eine Handlager. Ich bin schlafen. Na ja. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Nein, hast du nicht! Oh, das gibt Kopfschmerzen. Äh, da empfehle ich dir was von Ratiofarben. Aber äh, ein Nickerchen tut's auch. Gott, war das schlecht. Ähm... Boah, dich machen wir jetzt mal aus. Ich geh da jetzt erstmal zum Hutmann. Moin Jungs, ich will mir einen neuen Hut kaufen. Ich brauch ne neue Mütze. Okay. Hoffentlich hast du Hut, was? Ein Frühstück? Hab ich. Also, das war ein Frühstück, ey. 1A. Ich habe viele Namen. Na, gute Nacht, Freundchen! Gute Nacht. Ich hab's gesagt, und nun? Krieg ich jetzt einen Keks? Oder, äh, einen Kaffee? Ich will immer noch einen Kaffee. Trinken Sie doch einen Kaffee. Selbstgebrüht und mit dem Mund gefiltert. Start. So, jetzt bin ich hier im Hutladen. So wie's aussieht. Ich brauch echt ne Mütze. Kann man Batman ein bisschen stylen? So ein bisschen hier so... Äh... Hip-Hop? Kopf. Ja, ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden. Äh... Ja. Nein, Sir. Natürlich. Oh, was macht dich hart in mich? Okay. Schauen Sie auf den Pendel. Ist das es funktioniert? Schaut auf den Pendel. Konzentriert euch auf den Pendel. Genau das war ja immer das Problem, oder? Ähm... Was? Ich war kurz schläfig. Ich habe zu lange auf den Pendel geguckt. Ähm... Ich komme da nicht rein, aber da komme ich rein. Äh... Falsches... Falsches Gerät. Falsches Gerät, weißt du? Ach, ist das schön. Da ist jetzt sie. Wir bekommen Gesellschaft. Was, du weißt es schon? Ich sollte aufräumen, bevor mein Gast ein trifft. Verdammt. Wir bekommen Gesellschaft. Wir bekommen Gesellschaft. Ich habe... Ah... 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 So. Was denn? Das ist so ein riesen TikTok? Ja, ich komme ja schon, Mensch. Ach, du Schande. Es ist kein Ostern, es ist... Mh... Weine. Wir bekommen Gesicht. Oh, ganz fein Glover. Aua. Du mit deinem Bleibow. Das ist echt unfair. So. Dich schalten wir jetzt erstmal aus mit deinem Messer... Deinem Buttermesser hier. Wie hat die Kombo nicht hinbekommen? Damn. So. Komm hier, du. Lass uns eine Tasse Tee trinken und über den... Über... 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 Habe ich die Leiter hoch? Nein. So. Rede mit Matt Hatter. Du kleiner Giftzwerg. So. Ich guck dir mal... Was? Ich kann dir nicht mal in die Augen gucken. Da bist du! Wie wunderbar! Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Wovon redest du da? Alice. Ausgezeichnet? Dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das? Tick tack, die Zeit läuft. Was... hast du getan? Oh mein Gott. Und es geht los. Oh, dort habe ich Alice zum ersten Mal getroffen. Ach, welch grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Hier, was ist mein Anzug wieder heulen? Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden. Musste sie nach Hause bringen. Und das habe ich. Das war eine Höse, sag ich dir. Aber sie ist wieder heulen. Sicher. Mein Mann. Oh oh. Dennoch, die Mächte der Königin sind überall. Wollen sie zurückgewinnen. Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman? Das ist mein höchstpersönlich. Das finde ich schon wieder cool. Achso. Es ging... Zerstöre die Laterne. Achso. Ich kann noch niemal... Ich kann noch niemals zielen. Schonüss. Schocksshit. Hier kann eine gegrillte Fledermaus sein. Gut, nichts passiert. Alles gut. Mein Gott, nochmal. Das ist aber gut hier. Ihr bekommt Gesäschaft. So, klettern. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Ich finde das schon wieder geil. Oh, hallo Rabe. I love that shit. Oh, oh. Oh je, du scheinst ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus? Wo geht es rein? Oh je, oh je. Du bist ganz allein. Oh shit. Jetzt geht diese Türensucherei los. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Äh, doch. Ich kriegst die Tür auf. Aber nicht in die Richtung. Lass dich fallen. Nur nicht nagen. Ja, jetzt aber. Sag mal. What the fuck? Ist hier nochmal eine? Ja. Ja. Unsichtbare Mauer war ja klar. Schau dich an. Bewegst dich in Kreis. Denk dran. Links ist rechts. Und oben ist unten. Oder was? Rechts ist unten. Und links ist oben. Ja. Ich glaube, ich muss den Hasen folgen, oder? Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Kann mich jetzt mal einer erklären. Schau dich an. Bewegst dich in Kreis. Denk dran. Links ist rechts. Und oben ist unten. Oder was? Rechts ist unten. Und links ist oben. Na dran. Mach mich gleich aggressiv, du Arsch. Ich glaube, ich muss den Hasen folgen, oder? Jetzt geht der Hase da lang. Jetzt muss ich hier wieder durch. Hier? Was hat dich angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Ach was. Ich hätte noch was zu kotzen. Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Bye. 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 Ah, vorsichtig. Hier unten gibt es nicht nur Blumen und Key-Partys. Im Wunderland gibt es sogar ziemlich ebliche Kreaturen. Ach was. Das Beste und das Schlechteste. Der Herr hat uns zum Vorbeschaffen. Keine Sache. Alles ist in guten Händen. Noch viel. Wie oft hab ich dir gesagt? Nicht mit deinen Stückchen-Horns. Oh je. Da hat wohl jemand seine Manieren vergessen. Sie sind wahnsinnig. Oh. Und den los. Leon? Darbens rüßen? Alter, wieviel geht ihr kommt denn noch? Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg hier. Oh, schlafen. Du fragst dich bestimmt warum ich dich hier herunter gebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines das gehorsam erzwingt. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. Und es ist wieder. Kann ich auch. Und das mein Freund bringt uns zum hier und jetzt. Du bist mein Humpty Dumpty Batman. Dein Verstand zerbricht. Und wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Ich bin dein Watt? Okay. Äh, ich, ähm. Gut. Ähm. Da. Die Zeit ist noch jetzt hier rum. Also ich würde sagen, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Woche. Ähm. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ähm. Wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder im neuen Wunderland. Von diesen komischen, äh. Batman im Wunderland natürlich sehen wir uns dann. Ähm. Ähm. Äh. Habt ein schönes Wochenende. Und. Feiert nicht so viel. Zockt nicht so viel. Was auch immer. Oder macht was ihr wollt. Zockt viel. Zockt viel. Je nachdem. Ihr wollt. Ich wünsche euch was. Macht's gut Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020